Mach doch mal eine Google-Bildersuche und sucht mal nach Famous Entrepreneurs. Ihr bekommt Bilder angezeigt von Mark Zuckerberg, Google Gates, Elon Musk und dann sucht mal nach berühmten deutschen Unternehmern. Es werden ausschließlich Schwarz-Weiß-Folos angezeigt. Ich wünsche mir ein Deutschland 2018, in dem wir Politiker akzeptieren, die Vision haben und vor allen Dingen werde ich nicht müde zu erklären, dass man mit Vision auf keinen Fall zum Arzt geht, sondern an die Börse.